Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jens Rabe und das ist der richtige Kanal, wenn ihr euch für Trading, Investment und Börse interessiert. Um was geht es im heutigen Video? In einem der letzten Videos hatten wir schon einmal das Thema angesprochen, was ist besser, der Kauf von Einzelaktien oder aber der Kauf von ETFs? Dazu gab es etliche Kommentare. Ich habe viele Rückmeldungen bekommen. Vielen Dank dafür. Eine der Rückmeldungen betraf das Thema Rebalancing. Was ist das überhaupt? Hat das Vorteile, hat das Nachteile? Dieser Frage gehen wir im heutigen Video nach.